Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, der Chris, die Macht im Hintergrund unseres Tageshoroskop-Kanals, ist ein Künstler, er war der Keyboarder in der Band von Falco, also eine große Nummer, er hält sich aber immer sehr diskret zurück und er macht originelle Videos. Hier hat er sich sozusagen im Bereich der Volkskunst betätigt. Hier haben wir drei Videos, ihr seht, die Aufrufzahlen sind gewaltig. Wir haben hier, wie viele haben wir hier? Neun Aufrufe, also wir liegen hier noch im einstelligen Bereich. Acht Aufrufe, auch noch einstellig und fünf Aufrufe im tiefen einstelligen Bereich. Und ich würde euch bitten, helft uns, dass wir in den zweistelligen Bereich kommen. Alles Liebe, euer Astrowolf. Ende.